Crystal Crew kommt im November 1980 im US-Bundesstaat Colorado auf die Welt. Schon als Kind interessiert sie sich sowohl für Kunst als auch für Wissenschaft. Im Erwachsenenalter konzentriert sie sich in beruflicher Hinsicht auf Letzteres. Sie macht einen Bachelorabschluss in Biochemie. Danach schlägt sie in diesem Bereich auch eine Karriere ein. Auch in Crystals Privatleben scheint es richtig gut zu laufen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Daniel bekommt Crystal drei Kinder, die mittlerweile zwischen 8 und 14 Jahre alt sind. Gemeinsam lebt die Familie in einem eigenen Haus in Broomfield, etwa 20 Meilen von Colorados Hauptstadt Denver entfernt. Und genau dort wird Crystal am 14. Dezember 2023 tot aufgefunden. Am 15. Dezember wird Crystals Ehemann Daniel festgenommen, weil er verdächtigt wird, seine eigene Ehefrau ermordet zu haben. Und nicht nur das, Daniel soll über Monate hinweg systematisch eine Kampagne gegen einen Mann geplant haben, um ihn für den Mord an Crystal framen zu können. Aber alles der Reihe nach. Bevor Crystal mit ihrem späteren Ehemann Daniel zusammenkommt, hat sie eine andere Beziehung. Von diesem Freund trennt sie sich aber 2000. Dann beginnt die Beziehung zu Daniel. Dennoch kontaktiert der Ex-Freund sie über Jahre hinweg immer mal wieder. Zuerst im Jahr 2002, zwei Jahre nach der Treibung. Dann nochmal 2004, 2005, 2010 und noch einmal 2016. Allerdings fragt der Ex-Freund Crystal nicht einfach, wie es ihr so geht oder was in ihrem Leben passiert. Stattdessen sind die Kontaktversuche des Ex-Freundes wesentlich unangenehmer. In den Polizeiberichten zum Fall heißt es, der Ex-Freund habe jedes Mal gedrängt, man solle sich mal wieder persönlich sehen und auch vorgeschlagen haben, Sex zu haben. Und das, obwohl Crystal a mit Daniel verheiratet ist und b, noch viel wichtiger, absolut kein Interesse mehr an Kontakt zu ihrem Ex-Freund hat und ihm das auch verdeutlicht. Denn sie antwortet auf seine Kontaktversuche einfach nicht. Wann immer er sich alle paar Jahre bei ihr meldet und versucht, sich hier aufzudrängen, ignoriert Crystal ihn. Über die Jahre hinweg scheint diese Taktik eigentlich ganz gut zu funktionieren. Aber im Oktober 2023 sucht Crystal eine Polizeiwache auf, um eine Anzeige zu stellen. Um Halloween herum geht es mit den Nachrichten wieder los. Und dieses Mal wirken sie um einiges bedrohlicher als in den Jahren zuvor. An einer Mail, die sie bekommt, ist sogar ein Foto angehängt. Es wurde heimlich aufgenommen und zeigt Crystal beim Verlassen ihres Büros. Verständlicherweise macht Crystal das große Angst, weshalb sie eine Anzeige wegen Belästigung erstattet. Aber auch nach der Strafanzeige hören die Nachrichten nicht auf. Sie kommen immer öfter und enthalten intime Details aus Crystals Leben. Am 13. November eskaliert das Ganze noch weiter, denn in einer Nachricht wird Crystals Ehemann Daniel ganz offen bedroht. In der Mail, die Crystal erhält, steht, Ich werde dich retten. Hilf mir, ihn loszuwerden und wir gehen weg. Ich weiß, er hält dich davon ab, mit mir zu reden. Du willst ihn nicht. Du willst mich. Crystal geht daraufhin abermals zur Polizei. Sie leidet im letzten Quartal 2023 sehr unter den Nachrichten. Sie hat Angst nicht nur um sich selbst, sondern auch um ihren Ehemann und ihre Kinder. Crystal bekommt Angstzustände und wird zunehmend paranoid. Ständig hat sie das Gefühl, verfolgt zu werden. Denn auch nach dem zweiten Polizeibesuch gehen die Nachrichten noch weiter. Am 14. Dezember 2023 meldet sich dann Crystals Ehemann Daniel bei der Polizei. Er gibt an, gerade nicht zu Hause zu sein und seine Frau nicht mehr erreichen zu können. Deshalb bittet er die Polizei, einen Welfare-Check durchzuführen. Denn vor dem Hintergrund der bedrohlichen Nachrichten der letzten Monate macht Daniel sich nun große Sorgen. Die Polizei macht sich sofort auf den Weg zum Haus der Krux. Die Polizei macht sich sofort auf den Weg zum Haus der Krux. Als niemand die Tür öffnet, schauen die Streifenpolizisten durch eines der Fenster. Und durch das Fenster sehen sie Crystal auf dem Boden liegen. Um sie herum tiefrotes Blut. Die Beamten verschaffen sich Zutritt zum Haus und versuchen noch Crystal wiederzubeleben. Aber jede Hilfe kommt zu spät. Die dreifache Mutter kann nur noch für tot erklärt werden. Im Haus der Krux gibt es, wie in vielen US-amerikanischen Haushalten, ein Überwachungskamerasystem. Für die Polizei ist das ein wichtiges Mittel, um herauszufinden, wie es zu Crystals Tod gekommen ist. Zumindest in der Theorie. Denn als das Material überprüft werden soll, findet die Polizei nichts. Am Morgen des 14. Dezember 2023 sind mehrere Kameras im Haus der Krux ausgeschaltet. Unterdessen liegen die Ergebnisse der Obduktion von Crystals Leichnam vor. Sie erlitt zwei oder mehr Wunden durch stumpfe Gewalteinwirkungen am Hinterkopf und eine Stichwunde an der linken Seite ihrer Brust. Mit anderen Worten, Crystal Krux wurde in ihrem eigenen Haus ermordet. Die Polizei überprüft direkt Crystals Exfreund. Allerdings hat dieser für den 14. Dezember ein festes Alibi. Denn der hält sich an diesem Tag in Begleitung seiner Ehefrau in Utah auf. Also in einem ganz anderen Bundesstaat. Und als die Polizei dann die IP-Adresse, von der die Nachrichten an Crystal geschickt wurden, abgeleicht, sieht auf einmal alles ganz anders aus. Die IP-Adresse ähnelt der IP vom Arbeitsplatz von Crystals eigenem Ehemann Daniel. Als das Umfeld der Krux befragt wird, kann vor allem Crystals Stiefmutter interessante Details beisteuern. Sie erzählt, dass Crystal ihr anvertraut habe, dass sie ihren Ehemann mit den Kindern verlassen wollte. Crystal habe sich sogar darüber informiert, das gemeinsame Haus zu verkaufen. Crystal habe ihrer Stiefmutter gegenüber nur erwähnt, dass sie ein nicht näher beschriebenes Foto auf ihrem Handy habe. Und dieses Foto würde ihr dabei helfen, das alleinige Sorgerecht für die Kinder zu bekommen. Aufgrund all dieser Indizien wird Daniel Krux schließlich festgenommen. All die Nachrichten, die Crystal seit Oktober 2023 bekommen hat, kamen gar nicht von ihrem Exfreund, sondern von ihrem eigenen Ehemann. Daniel hat es so aussehen lassen, als sei Crystals aufdringlicher Exfreund zu einem richtigen Stalker geworden. Mutmaßlich, um ihm den Mord an Crystal anhängen zu können. Das ist nur einer der Indikatoren dafür, dass Daniel den Mord an seiner eigenen Frau und der Mutter seiner drei Kinder akribisch und langfristig geplant haben muss. Bei seiner ersten Anhörung im Mai 2024 behauptet Daniel Krux, unschuldig zu sein. Dennoch sitzt er in Untersuchungshaft. Daniel darf über das Telefon im Gefängnis übrigens noch Kontakt mit seinen Kindern haben. Allerdings soll er während dieser Telefonate mehrmals versucht haben, das Gespräch auf die Mordermittlungen gegen ihn zu lenken. Und darüber darf er natürlich mit seinen Kindern nicht sprechen. Die Staatsanwaltschaft beantragt daraufhin ein absolutes Kontaktverbot für Daniel. Bislang bleibt es aber bei einer gerichtlichen Verwarnung. Der Prozess gegen Daniel Krux beginnt voraussichtlich im Oktober 2024. Es bleibt abzuwarten, mit welcher Strategie die Verteidigung versuchen wird, seine Unschuld zu beweisen. Denn die Beweislast gegen Daniel Krux ist ziemlich erdrückend. Wenn es etwas Neues gibt, update ich euch wie gehabt hier oder mache in Zukunft noch ein längeres Video auf dem Hauptkanal zu diesem Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. So supportet ihr den Channel. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem wann ihr das Video seht. Und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao Leute. Musik Musik Musik